hallo meine freunde super karl auf euch im stand der erst willkommen zu einem neuen overwatch gameplay wir spielen den roadhog im beast mode auf dorado das gameplay hat so viel laune gemacht ich habe auch so viel gelacht danach zusammenspiel ich übrigens mit einem kumpel dominik das gameplay lässt sich sehen hat auf jeden fall mega 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 laune gemacht und ich würde sagen nicht lange warten wir starten ja wo hier? ja wir haben halt nur Ronyata was ist denn er? ich brauch gar nicht fragen ich hab halt auch Gold in mir, läuft bei mir hier hier wir haben Ah, ich guck ihn schon. Oh, alles endlich gerafft, Alter. Mein Zenyatta ist ja echt geil, aber... ...Solo hier, Mann. Alter, hat er schon... Oh mein Gott, Alter. Wie ich gerade gemacht worden bin von Anso. Lächerlich. So ein kleiner Blitz. Ich weiß. Ich maul. Vielleicht schmeckt ihn. Ein poliertes Gesicht, Alter. Wo kommt der Dragon, Alter? Ja. Oh, jetzt wollen wir ihn hier auch. Ich kann es nicht mehr richtig. Du hast ein kleiner Blitz. Ja, ich kann es nicht mehr so halten. Es gibt einen Blitz, aber es ist ein kleiner Blitz. Ein krass. wenn man hier den typen tippen noch mal reingehen oh mein gott situation oben rechts oh weh da stirbt einer, zuck ich dir ganz hoch ich bin ein BG ich bin ein BG ich bin ein BG Guck am Schweinemann vorbei, Alter. Man, hab ich auch noch krasse Sachen gemacht, Alter. Muss ich mir auch ehrlich mal zugestehen. Ich muss mir ehrlich mal zugestehen. 5, 4, 3, 2, 1, Angreifer nähern sich. Halten Sie die Pacht auf. Das ist mal einer, Alter. Ich kann ja nix hucken, Alter. Ich kann ja nix machen, Alter. Ach, das ist ein Teleporter, Alter. Ich kann ja nix machen, 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 Alter. Ich hab dich im Wies Jawoll Bulag, nice alter Ich bewege Ich bewege Ich bewege Ich bewege Ich bewege Ich bewege Aber wir haben direkt wieder niedergemilkt Dann rein Mal gucken Das Ding war grundsätzlich raus, Alter Kommt mal leer hier Reini Ha 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 Dann haben wir sie genommen GULAG Jetzt wissen wir mal was passiert noch Noch eine Wulsi Schade Schade Highlights des Matches Ich hab ihn mit dem Auge, Alter Ich hab ihn mit dem Auge, Junge 100 Highlights Er laufen noch zwei rein, Alter Du warst schön, mit deinem Böhmchen, grüßt Also ich fand unseren Roadhog ziemlich krass. Richtiges Biest, Alter. So meine Freunde, wir sind jetzt am Ende des Videos und somit auf meiner Infocard angelangt. Ich wollte mich bedanken, dass ihr eingeschaltet habt und nochmal daran erinnern, das Video zu bewerten. Wenn ihr was zu sagen habt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ich werde versuchen, alle zu lesen und zu beantworten. Des Weiteren verlinke ich euch noch ein anderes Video, das euch ebenfalls gut unterhalten wird. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao!